Ja, und fertig, ich bin zu meinem Fake-Scape-Budget-Video. Ich bin auch da! Hallo? Ja... Was ist das? Da, hier. Ah, nicht fest. Ne, keine fest. Ah, Robinson. Hi, Robby. Nanook? Niklas? Hallo, Niklas. Hallo, ich bin doch da. Ah, ich hör dich nur kaum. Und hier gibt es dieses... Was ist das? Hey, ich muss das aufhören. Hey, ich muss das aufhören. Hey, ich muss das aufhören. Hier. Hi. Ja, ich bin auch. Ja, da wird es sehen. Ja, äh, was mach ich denn jetzt? Ich probier das Sammle-Album zu finden. Ganz einfach. Ach, schade. Sammle-Album. Ach, schon der dritte Lebensdrang. Vierter Lebensdrang. Sammle-Album. Der kommt weg. Niklas noch da? Ja. Ich hör dich kaum. Red mal lauter. Ja, das hat die Lebensdrang sein. Also hier ging das der Schickesort Bravo. Der Schickesort Bravo. Der Schickesort Bravo. Ja, äh, also... Epic, Xenor Staris, einfach. Bis zum 70, alle Attribute. Hast du grad einen Apple-Truck? Sehen vor Höhen hab ich das, äh, einfach mal so aus dem Lamm. Ah. Hm. 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 Huh, Schickesort Bravo. Also, äh, eigentlich eigentlich... Ach, Schocko und Chilien-Sex. Ja. Hey, übrigens, äh, Robin ist online. Ja. Ich hab... S... Wß... Schick. Ich hab... Ausdauer... Hm. Es ist zu Ende. Hey, hast du schon ins Sammelalbum? Äh, 9-9-9. Niklas, hast du schon ein Sammelalbum? 17, 19... 17, 19... Ja, aber... Was passiert... Aber es wird sich... Hallo? Hallo? Ja, red mal lauter. Ja, also hier halb 17, hab ich wie gesagt schon was, Sammelalbum. Hast du's schon gewunden? Ja, aber S19 noch nicht. Ich hab's auf S19 auch im Laden. Hast du, hast du im Wunde? Ich hab's im Laden. Ich spare jetzt noch auf 18 Gold. Könnt man das nochmal machen oder zaubern? Zaubern, Zauberladen natürlich. Ja, ich hab das Sammelalbum auch jetzt, wie ihr seht, Sammelalbum da. Ja, ich hab's schon mal anklicken. Ja, da sind die. Und die auch. Und die auch. Und die auch. Und die Gegner gefunden. Und hier. Und hier. Äh. Ja. Ja. Mit der 2. Oh. Ja. Und ich hab's. Hans Wurst. Ich hab's. Ich hab's. Hallo? Äh. Ah. Er hat ein Epic. Glück bis 5. 80. Bäh. Dieser Eierschützer. Ja. Es vorlegen. Es erflegen. Hm. Der Art of Magic. Guck ich mal. Hm. Warte. So. Der Art. So. Der Art of Magic. Ja. Da seid ihr ja. Ah. Aber wir haben wirklich 20 Leute in unserer Gelder halt. In der Welt. Im. Main-Gelder. Und im. Wing. Und dann nochmal Alpha 3. 4 oder 3 Leute. Was hast du denn jetzt alles umschließen? Was? Was hast du denn jetzt alles umschließen? Was? Was hab ich was alles? Irgendwie bist du im. Mal lauter und immer leiser. Ja. Keine Ahnung. Woher hebe ich mich nicht. 5 und 6 Minuten. Ja. Also hier Sarko. Alfa. Also. Ziemlich gute Russi. Und. Guter. Sehr guter. Ja. Kein Dutsel. 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 Rauchen. Ich glaube nicht. Ja. Und hier halt auch. Wie lange nimmst du das schon auf? Ja. Ja. 6 Minuten. Also 6 Minuten. Ja. Werdig einfach mal. Ohne. Werdig. Ohne. Werdig. Ohne. Werdig. Werdig. Ohne. Werdig. Ja. Hier ist die. S17. Westen. Werdig. Wegen. Werdig. Wegen. Hm. Was jetzt? Ich muss auf meine Quest warten. Oh. Ja. Für den Muten. Werdig. Ich würde mich nicht nennen. Ich würde mich nicht nennen. Ja. Ich war raus, um 16 Uhr. Ja, ich war einer der Beste. Ich bin Tollwütiger. Hey, Niklaus! Niklaus! Ähm, wen soll ich machen? Tollwütiger Wolf oder Grabo oder Sim? Nein, welcher ist rechter? Was meinst du? Ich will jetzt mal nachschauen. Ich will deine Meinung aus. Ja, auch für 17. Äh, entweder Dungeon 5 oder Dungeon 6. Was? Drei oder Sumpfer oder Tollwütiger Wolf? Hm? Ich mach Tollwütiger Wolf. 104. Ja, oh. Oh. So, kommt vorbei. Oh, ich hab' für 6... 6 Bilder? Ja. Der Bauer hat der Tollwütiger. Das war richtig. Geln. 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 1 Kincke. NN! Ja! Ja, ja! Ja! N Ce! Das ist hervorragend! Drei Versuche noch. Der ist sowas von schaffbar, aber nicht, wenn der Krit ist. Das ist der Wolf. Ja, super, Krit. Och, nee. Ja? Nein! Ich hab das verlegt! Das ist der Wolf. Kräser Wolf. Zuni hat es geschafft, 6 Pilze verballert, vernäht. Zuni hat es weitergerissen. Oh, ein Feuerzeug, Glückwunsch, eine 36. Nein, kann ich nicht gebrauchen. Und eine, nein. Die oder dir, 2 Minuten 30. So, ich hab 10 Gold. Und wir haben 10 Gold in der Gilde. Ich mach jetzt mal endlich eine Rundmail. Gold. Hand Gilde. Wir haben die Erstausbaustufe. Irgendwann nicht. So? Ausbaustufe. Hallo! Ja, hallo! Achso, mach ich! die das aber aber das ist ein was ich 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 3 heißen sich heißen NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEIN so so ein bisschen wo der Schieß Puppi ist. Puppi von Alpha 2 ist rübergekommen. Level 16. Und hat eine Epic-Würfe. Die genau auf ihrem Level ist. Der Grund steht dazu. Hey, willst du mich jetzt für dich fragen? Stufe 16 hat er den Stichwürf. Und das vom ersten Dungeon. Also bis wieviel wollten wir noch mal aufnehmen, Card? Keine Ahnung. 10 bis 15. Ja, sagen wir jetzt grad. Jetzt haben wir jetzt schon wieder zu. Ja, denn, also ich werde von Luden heute den Park Sender starten. Und den zweiten Park, den der Sarko-Ao, nämlich Morgen. Und natürlich muss man das eigentlich erst Morgen. Wie ihm schon erzählt, wie er macht mir weiter. Und Ado macht auch... ...und viele Erdenfragungen zu finden. Also dann... So. Wir sagen wieder... ...Fas und bis zum... ...faxtet. Bei den letzten Face-Ends.